Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es weiter mit der Reihe, in der ich die Videos oder die Teilnahmen bei meinem Bau-Contest bewerte. Und zwar geht es heute um Transporter oder Transports 3R, der von ULS gebaut wurde. Auch dieses Modell hat alle Kriterien erfüllt, weshalb es beim Contest teilnehmen kann. Und das Ganze ist hauptsächlich ein Roboter, der Geschenke vom Weihnachtsbaum zu einem Beschenkten transportieren kann. Oder vielleicht auch andere Sachen zu, oder Geschenke zu einer anderen Person transportieren kann. Und damit kommen wir auch schon zur Bewertung. Für den Themenzusammenhang gebe ich 4 von 5 Sterne, weil man das Modell auch unweihnachtlich einsetzen kann. Aber ansonsten ist das Modell gut mit dem weihnachtlichen Thema, also, oder mit dem Thema weihnachtlicher Helfer kompatibel. Und deswegen halt 4 von 5 Sterne für den Themenzusammenhang. Für die Kreativität gebe ich jetzt 3 von 5 Sterne, weil das Ganze einfach nur ein Fahrzeug ist, das hin und her fährt. Es hat eine Ladefläche, die dafür angepasst wurde, auf einem möglichst großen Platz Geschenke zu transportieren. Für den Umfang des Modells gebe ich 3 von 5 Sterne, weil das Modell eben keine Sensoren hat, oder das Modell hat keine Sensoren. Das heißt, es fällt immer nur hin und her, und kann nicht auf irgendwelche Hindernisse oder so eingehen, oder darauf reagieren. Oder kann auch keiner Linie folgen, oder so. Sondern es kann eben immer nur hinfahren, dann muss per Hand abgeladen werden, dann kann es wieder zurückfahren, dann muss wieder per Hand aufgeladen werden. Aber immerhin gibt es eine möglichst große Ladefläche, die man auch umbauen kann. Und deswegen gebe ich für den Umfang des Modells 3 von 5 Sterne. Zur Komplexität des Programmes kann ich, oder da kommt natürlich negativ hinzu, dass, oder auch da ist es negativ, dass das Modell keine Sensoren hat. Und auch nur einen einzigen Aktionsstrang hat, das heißt, keine Verknüpfung hat, oder Verzweigung. Und es ist eben immer nur so eine Schleife, in der bestimmte Aktionen aufgeführt werden, und in der keine Sensoren abgefragt werden, das heißt, der EV3 nicht reagieren kann. Deshalb gebe ich 2 von 5 Sterne. Die 2 von 5 Sterne gibt es da noch, weil da doch einige Waden aufsteifend sind, und die Farbgebung der Lampe beim EV3 gesteuert wird. Und außerdem wird auch eine Textanzeige mit mehreren Textanzeige-Bullerten gemacht, die manchmal gelöscht werden, manchmal nicht gelöscht werden. Deswegen gibt es für die Komplexität des Programmes 2 von 5 Sterne. Unter sonstigen Aspekten verteile ich für, oder gebe ich dir 0 Punkte, weil es eben eigentlich nur ein Fahrzeug ist, das hin und her fährt. Und deswegen gibt es als Fazit insgesamt 11 Sterne. Und dir persönlich empfehle ich, dass du einfach nur mehr Projekte bauen musst, wo du durch auch mehr Wissen hast, und vielleicht auch mal Schalter, Sensoren und so weiter anwenden kannst. Also auch nochmal vielen Dank an dich, Ole S, für die Teilnahme an dem Contest. Und dann kommt bald die nächste Bewertung. Und dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Und dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Wir sehen uns gleich wieder.